Eine junge Marke, eine neue Uhr und alter Hasen, das ist VanDark. Kennst du VanDark noch nicht? Dann bleib dran! Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist der erste Teil meines zweiteiligen Videos über VanDark. VanDark ist eine junge deutsche Marke, die seit einiger Zeit am Markt ist und wirklich schöne und gute Uhren baut. Jetzt könnte man ja sagen, eine junge Marke, denen traue ich nicht so richtig. Wer weiß, ob die überleben, wer weiß, ob die überhaupt wissen, wovon die reden und ob die Ahnung haben. Bei VanDark kann man das definitiv in vollem Umfang mit Ja beantworten. Denn die Marke VanDark, was übrigens norddeutsch platt ist und heute heißt, da kann man alles das beantworten mit Ja. Denn VanDark ist zwar eine neue Marke, aber VanDark wurde gegründet von Leuten, die mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte Erfahrung in der Uhrenindustrie haben. Sowohl im Bereich der Zulieferindustrie als auch im Uhrenbau selber für andere Marken. Das heißt, VanDark bzw. die Leute hinter VanDark haben schon seit vielen, vielen Jahren Uhren gebaut. Und immer wenn das Endprodukt, das schöne, tolle Endprodukt fertig war, haben sie es aus der Hand gegeben und ein anderer hat es vermarktet und verkauft. Und irgendwann haben die gesagt, das ist eigentlich schade. Wir möchten selber unsere Produkte, die wir produzieren, die wir machen, wo unsere Knowledge, unser Know-how, unsere Expertise und auch zum Teil unsere Leidenschaft drin steckt, vermarkten unter unserem Namen. Wir möchten die selber an die Kunden bringen und selber auch die Kundenreaktionen bekommen. So ist VanDark entstanden, also eine neue Marke, eine junge Marke. Aber die Leute dahinter sind wirklich alte Hasen, die das Uhrengeschäft kennen, die die Branche kennen und die vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, richtig viel von Uhrenbau und Uhrenmachen verstehen. Der Ansatz von VanDark war zunächst einmal, Uhren zu bauen, die erschwinglich sind. Das heißt, ein Preissegment so um die 250 bis 500 Euro. Typischerweise werden in diesem Segment Quarzuhren angeboten. Und anhand der Uhren kann man sehen, was alles möglich ist in diesem Preissegment für Uhren aus Deutschland mit hochwertigen Komponenten. Ich blende euch, während ich hier spreche, einige Bilder ein zu den bisher typischen VanDark-Modellen. Mir gefallen die allermeisten davon wirklich gut. Und auch wenn man das auf den Bildern vielleicht nicht immer sieht, ich habe die Modelle auf der Watchtime in Düsseldorf sehen können und es gibt so viel an den Modellen zu entdecken. Eine Wölbung des Ziffernblattes, der Zeiger, bestimmte Details an den Gehäusen. Das kommt auf den Fotos teilweise gar nicht so rüber und hat mich aber tatsächlich sehr beeindruckt, was hier alles geliefert wird und was alles möglich ist. Jetzt ist das natürlich ein Ansatz, den viele andere Marken auch vertreten. Mit unterschiedlichen Qualitätsansprüchen, mit unterschiedlichen Preisansprüchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich kaufe Uhren, weil sie mir gefallen, weil ich in die Qualität vertraue. Aber auch, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Marke muss mir sympathisch sein, beziehungsweise die Leute hinter der Marke. Wenn ich eine Uhr habe, die fantastisch aussieht, wo die Spezifikationen stimmen und ich bei der Firma anrufe und das Gefühl habe, ein unwillkommener Störenfried zu sein, es passiert zwar nicht häufig, ist mir aber tatsächlich schon passiert, dann kann ich mit dieser Marke und der Uhr tatsächlich nichts anfangen. Bei Van Dark ist das ganz genau umgekehrt. Ich habe mit dem Tim auf der Watchtime Düsseldorf gesprochen. Es war super nett, es war extrem sympathisch. In Vorbereitung auf diese Videoserie habe ich mit dem Malte telefoniert. Eigentlich wollte ich nur sagen, ich bin soweit, ich würde gerne anfangen. Wie passt euch das? Und aus diesem Gespräch wurde ein Telefonat von deutlich über einer Stunde und wir haben über, ich will nicht sagen Gott und die Welt gequatscht, aber über Uhren und zwar nicht nur über Uhren von Van Dark, sondern auch über Vintage-Uhren, über andere Marken. Wie machen die das? Was gefällt mir? Was trage ich? Es war ein richtig nettes Gespräch. Und so kommt die Marke bei mir rüber und so nehme ich auch die Uhren wahr. Extrem sympathisch und dazu preislich echt attraktiv und von der Qualität her auch nach meinem Dafürhalten sehr ansprechend. Jetzt kamen die Kunden auf Van Dark zu und haben gesagt, wir mögen eure Uhren, aber eigentlich sind wir doch mehr so diejenigen, die mechanische Uhren mögen. Quartz ist ja ganz nett, eure Uhren sind auch wirklich gut, aber wir hätten viel lieber eine mechanische Uhr, vielleicht sogar einen Automatik-Chronographen. Und das war der Punkt, als Van Dark gesagt hat, okay, das ist zwar etwas früher, als wir gedacht haben und wir freuen uns ja natürlich riesig drüber, dass unsere Kunden jetzt schon nach höherwertigen Uhren fragen. Und so kommt es, dass dieses Jahr, namentlich am 8. März, die Kickstarter-Kampagne startet für die Schallmauer-Automatik. Es gibt bereits eine Schallmauer im Portfolio von Van Dark, blende ich euch selbstverständlich hier ein. Und diese Uhr wird jetzt in eine Automatik-Uhr übersetzt, was eine ganze Reihe von Veränderungen mit sich bringt. Übrigens, ich werde euch die Schallmauer-Automatik in diesem Video wirklich nur ganz kurz im Video zeigen, denn in ungefähr 10 Tagen kommt ein ausführliches Review. Ich habe sie hier bei mir zum Review. Mal gucken, ob ich da drankomme und sie euch zeigen kann. Genau, hier habe ich sie. Das ist also der Chronograph mit dem Old Radium. Dazu wird es bei mir in 10 Tagen ein ausführliches Review geben. Jetzt vielleicht nur kurz ein paar der Änderungen. Es ist ein Automatik-Kaliber, Selita SW510. Dadurch wird die Uhr ein kleines bisschen höher. Die Zeigerform hat sich geändert, die Gehäuseform hat sich geändert, die Bauhöhe hat sich geändert. Es ist also eine Uhr, die optisch ganz klar an die aktuelle Schallmauer erinnert, aber in vielen Punkten ganz anders ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt sie richtig gut. Ich habe sie mir heute über einen längeren Zeitraum angeguckt, habe auch schon die Bilder für das Review-Video gemacht, muss aber noch geschnitten und kommentiert werden, deswegen dauert das noch 10 Tage. Ich bin sehr angetan davon und bin richtig gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, wie gesagt, Van Dark. Aktuell mein Geheimtipp, wenn es darum geht, eine neue Marke mit ganz, ganz viel Erfahrung wahrzunehmen. Schaut euch gerne mal die Webseite an, schaut euch die Uhren an und ich bin sehr gespannt, was ihr in 10 Tagen zum Review sagt. So lange müsst ihr noch aushalten. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und vor allen Dingen Abo-Button drücken, damit ihr das Review nicht verpasst, wenn das in 10 Tagen kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.